hallo guten morgen liebe kinder guten morgen ist es schön dass ihr alle wieder da seid ja ja viel sehen kann ich nicht vielleicht hätte ich mir heute die augen waschen sollen ich wasche es dir noch ein bisschen jetzt geht es besser das war jetzt nicht ganz corona richtig entschuldigung ja ja man denkt du bist eh nicht ansteckend immer oder schon nein nein ganz und gar nicht ja super ja du ich habe auf der all meinen freund gefunden kannst du dich noch erinnern was den grünen frosch ja ja immer das war nicht das war ja grauslich nein der war so lieb aber ich wollte den ja ich glaube ja immer noch dass das mein prinz war ja ich glaube auch weil du willst nur mit ins bett nehmen ja mit dem flosch übernachten in gottes wühlen ja der hätte mir ein paar geschichten erzählt vom froschkönig aber weißt du es ist nicht jeder frosch ein könig manche frösche sind auch nicht könig ja das stimmt wahrscheinlich ja ja aber auch nicht jeden frosch wenn du ihn küsst nachher wird ein prinz verstehst naja müssen wir einfach ausprobieren ja hast du es probiert nein ja dann er war so glitschig das war sie ja die sind also glitschig und du nimmst ihn ins bett mit naja also schauen wir mal ich meine man darf nie einen frosch und eine kröte verwechseln ja stimmt die kröten sind sogar manchmal giftig hast du das gewusst nein wirklich ja aber auf der allem gibt es ja nicht nur frösche da gibt es ja ganz coole lurch hast du warst du die feierlurch und die schwarze lurch ja schwarz lurch die sind noch lieber als würde frösche aber die sind also glitschig die schauen aus wie eideggs nur langsam ja ganz langsam ja schlafen mein also apropos schlafen die kinder schlafen auch schon wieder ich glaube wir müssen jetzt dann laut singen ja jetzt singen wir mal laut emma magst du was vorsingen nein aber du wirst jetzt mit der gitarre mal richtig einheizen ja jetzt heizt mein bis gleich bis gleich wir starten gleich mit der musik heute an diesem schönen tag die emma ist schon so gut drauf wie auch gehn und die kinder auch dann wollen wir sagen wir yes man yes lord here i am here i am to worship ich bin hier um dich anzubeten jesus ich bin hier um dich zu loben zu preisen die freude des himmels mit dir zu teilen und deiner gegenwart zu stehen hier jetzt ja ich ja ich ich danke ich 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 will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du nur bist mein Gott. Denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Herr, alle Zeiten, du bist hoch erhaben, herrlich im Himmel geführt. Doch voller Demut kamst du auf die Erde, zeigst, worin Liebe besteht. Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du nur bist mein Gott. Denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. All together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. And I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. And I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Ich will dich anbeten, ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du nur bist mein Gott. Jesus, wir danken dir, dass wir da sein dürfen, vor dir, mit dir, here I am. Da bin ich, jetzt auch, Jesus, da sind wir, wir Kinder in ganz Österreich, Schweiz, Deutschland, Südtirol. Wir kommen heute zu dir. Jesus, bitte lass uns wirklich ganz zu dir kommen. Leg vielleicht deine rechte Hand auf die Brust. Und sag, Jesus, bitte komm du zu mir, komm in mein Herz. Jesus, sei ganz bei mir heute und lass mich ganz zu dir kommen, nämlich dir auch bitten für Mama und Papa. Sag bitte, Jesus, für Mama und Papa, ganz leise. Komm bitte heute ganz besonders zur Mama, zur Papa, bei der Beichte, bei der Eheerneuerung und auch wenn sie beim Kids Channel zuschauen. Bitte, bitte Jesus. Bitte, Jesus. Jetzt freuen wir uns auf die Bienemeier, auf den Willi, weil die sind so lustig. Genau. Liebe Bienemeier, lieber Willi, ihr dürft zum Ball kommen. In einem unbekannten Land, vor gar nicht allzu langer Zeit, war eine Biene sehr bekannt, von der sprach alles weit und breit. Und diese Biene, wie ich meine, nennt sich Maja, kleine, freche, schlaue Biene, Maja. Maja, fliegt nur für gewalt, zeigt uns das, was ihr gefällt. Wir trappen heute unsere Freundin, Biene, Maja, diese kleine, freche, schlaue Maja. Maja, Maja, alle lieben Maja, 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 erzähle uns von dir. Du Willi, komm mit, ich zeig dir einen ganz schönen Ort. Ja, Maja, da bin ich gespannt. Willi, schau mal da. Da hat vor ein paar Tagen die neue Bienenkönigin von der Grazerwiese geheiratet. Ich habe die Hochzeit im Fernsehen gesehen. Ich sag dir, es war so wunderbar. Die Braut, sie war so unglaublich schön und ihr Kleid war ein Traum. Und als sie gesungen hat, ihre Stimme klingt so lieblich. Das klingt wunderbar, Maja. Es war wunderbar. Aber weißt du, Maja? Ja. Wenn ich uns zwei so anschaue, da braucht es noch ein bisschen, bis wir so schön und so traumhaft sind. Ja, Willi, du hast recht. So traumhaft sind wir zwei leider nicht. Ah, Willi, ich habe eine D. Ich komme gleich, ja. Schau mal, Willi, wie sehe ich jetzt aus? Nett, Maja. Ja, aber Schönheitskönigin bist du noch keine. Und jetzt? Nein, Maja. Und jetzt? Mhm. Ah, und jetzt? Maja, lass gehen. Mhm. Was machen wir da? Du, Willi, du hast recht. Du hast recht mit der äußeren Schönheit. So schön sind wir nicht. Aber du weißt doch, auf das Innere kommt es an. Ja, innen, im Magen drin, die schönen Pollenklößchen. Nein, Willi, die meine ich nicht. Ich meine das Herz. Das Herz? Aber das Herz kann man doch nicht füttern oder waschen oder so. Nein, das nicht. Aber es ist ganz einfach. Einfach? Das klingt gut. Ich höre. Also, wenn wir jeden Tag Jesus in unser Herz einladen und zu ihm sagen, liebster Jesus, komm in mein Herz, lebe und liebe du heute durch mich, dann werden wir einfach schön. So richtig schön, sodass die krummen Fühler gerade werden und der dicke Bauch weg geht? Nein, das nicht, Willi. Aber wenn Jesus in unser Herz kommt, dann macht uns diese Freude Gottes, die bringt uns zum Leuchten. Und dann sind wir einfach schön, so wie wir sind. Aber Maja, leuchten will ich nicht. Da wäre ich ja ein Glühwürmchen. Nein, Willi, denk an unsere Mama Maria. Ja, die ist so schön. Das ist sie. Und Maria sagt, sie ist so schön, weil sie so sehr lebt. Das macht sie schön. Maja, fangen wir an mit dem inneren Schönheits-Fitness-Training. Ja, das machen wir. Wir beten. Ah, schau, da kommt die Babybiene. Die betet jetzt mit uns. Komm zu uns, Babybiene. Das ist wunderbar. Wir beten. Liebster Jesus, komm in mein Herz, lebe und liebe du heute durch mich, auch die, die ich nicht lieben kann. Amen. Amen. Tanzen. Schau, die Babybiene tanzt. Sie ist so schön. Sie ist schön. Sie ist schön, ja. Und jetzt... Fühlst du dich schon fitter, Willi? Ja, ich fühle mich viel fitter und viel schöner. Und jetzt, glaube ich, nach diesem Fitnesstraining gehen wir ein paar Pollenklößchen essen. Ja, habt ihr schon Hunger? Wiedersehen, Kinder. Wiedersehen. Dann gehen wir ins Pollenklößchen sammeln. Tschüss. Baba. Baba. Aus der Gefahrenzone. Selig, die keine Gewalt anwenden, denn Ihnen wird alles gehören. Boss forever. So ähnlich genau. Denn sie werden das Land erben. Ganz reich werden wir beschenkt von Jesus, wenn wir, so wie er, ihn annehmen und unseren König und Herrn, dass er regiert und nicht wir. Wir dürfen ihm dienen. Und jetzt singen wir Hosanna genau für unseren König, der eingezogen ist, als der, der keine Gewalt anwendet in Jerusalem, der Friedenskönig. Hosanna dir. Und wir begrüßen unsere Regierlieder vom Kids Channel. Ein Applaus. Ho, 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 ho Du bist König und Herr, Halleluja, du regierst mit Macht, Halleluja, deine Herrlichkeit ist offenbar, Hosanna in der Höhe. Ehre, 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 Ehre sei dein König allein. Ehre, 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 Ehre sei dein König allein. Du bist König und Herr, Halleluja, du regierst mit Macht, Halleluja, deine Herrlichkeit ist offenbar, Ehre sei dein König. Hosanna, 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 Hosanna in der Höhe, Halleluja, du regierst mit Macht, Halleluja, deine Herrlichkeit ist offenbar, Hosanna in der Höhe, du bist König, du bist König und Herr, Halleluja, du regierst mit Macht, deine Herrlichkeit ist offenbar, Hosanna in der Höhe. Hosanna, 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 Hosanna in der Höhe, Halleluja, du regierst mit Macht, Halleluja, deine Herrlichkeit ist offenbar, Hosanna in der Höhe, Hosanna in der Höhe. Da hört's mir schon ein, gell? Super! Und mit Feuer geht's noch besser als einheizen, weil bei uns ist es so kalt, wie friert schon fast. Feuer und Flamme, lebendiges Licht, komm, heiliger Geist, der die Nacht durchbricht. Feuer und Flamme, verborgen und stark, du bist bei uns, was auch kommen macht. Feuer und Flamme, lebendiges Licht, komm, heiliger Geist, der die Nacht durchbricht. Feuer und Flamme, leuchten und stark, du bist bei uns, was auch kommen macht. Feuer und Flamme, leuchten und stark, du bist bei uns, was auch kommen macht. Feuer und Flamme, lebendiges Licht, komm, heiliger Geist, der die Nacht durchbricht. Feuer und Flamme, verborgen und stark, du bist bei uns, was auch kommen macht. Feuer und Flamme, lebendiges Licht, komm, heiliger Geist, der die Nacht durchbricht. Feuer und Flamme, leuchten und stark, du bist bei uns, was auch kommen macht. Wie der Quelle, helles Glieder, blind geworden, glauben sie, wie der Lame vor Freude springt und der stumme Hymnen singt. Wie der Friedensmut im Streit, wie der Tröster in der Zeit. Wie der Sturm, der uns befreit, komm, heiliger Geist. Feuer und Flamme, lebendiges Licht, komm, heiliger Geist, der die Nacht durchbricht. Feuer und Flamme, verborgen und stark, du bist bei uns, was auch kommen macht. Feuer und Flamme, lebendiges Licht, komm, heiliger Geist, der die Nacht durchbricht. Feuer und Flamme, leuchten und stark, du bist bei uns, was auch kommen macht. Feuer und Flamme, wärme du, was kalt und hart, löse, was verkrümmt in sich erstarrt. Heile du, wo Krankheit quält, leuchte, was den Weg verfehlt. Ohne dein Leben, wenn ich will. Kann die Menschen nichts bestehen, kann nichts deinem Wirken dienstbar sein. Heiliger Geist, der bei uns sein. Feuer und Flamme, lebendiges Licht, komm, heiliger Geist, der die Nacht durchbricht. Feuer und Flamme, verborgen und stark, du bist bei uns, was auch kommen mag. Feuer und Flamme, lebendiges Licht, komm, heiliger Geist, der die Nacht durchbricht. Feuer und Flamme, leuchten und stark, du bist bei uns, was auch kommen macht. Wärme du, wo es kalt und hart, löse, was verkrümmt in sich erstarrt. Lenke du, wo Krankheit quält, lenke, was den Weg verfehlt. Ohne dein Leben, wenn ich will. Kann dem Menschen nichts bestehen, kann nichts deinem Wirken dienstbar sein. Heiliger Geist, kehr bei uns ein. Feuer und Flamme, lebendiges Licht, komm, heiliger Geist, der die Nacht durchbricht. Feuer und Flamme, verborgen und stark, du bist bei uns, was auch kommen macht. Hey, Feuer und Flamme, lebendiges Licht, komm, heiliger Geist, der die Nacht durchbricht. Feuer und Flamme, leuchten und stark, du bist bei uns, was auch kommen macht. Wärme du, wo Krankheit quält, lenke, was den Weg verfehlt. Ohne dein Leben, wenn ich will. Kann dem Menschen nichts bestehen, kann nicht seinem Wirken dienstbar sein. Heiliger Geist, kehr bei uns ein. Feuer und Flamme, lebendiges Licht, komm, heiliger Geist, der die Nacht durchbricht. Feuer und Flamme, verborgen und stark, du bist bei uns, was auch kommen macht. Hey, Feuer und Flamme, lebendiges Licht, komm, heiliger Geist, der die Nacht durchbricht. Feuer und Flamme, leuchten und stark, du bist bei uns, was auch kommen mag. Du bist bei uns, du bist bei uns, du bist bei uns, was auch kommen mag. Also liebe Kinder hier im Zelt und am Bildschirm. Wir denken an euch, liebe Kinder, die ihr jetzt nicht persönlich da sein könnt. Aber wir haben euch vor dem inneren Auge und ihr seht uns. Das habt ihr gestern nicht gesehen, aber wir spielen das dann auch ein für euch. Gestern war nämlich der Clown Smiley bei uns auf Besuch. Ihr erinnert euch. Und dieser Clown Smiley, der hat viele Dinge gemacht. Er hatte so einen Instrumentenkoffer bei sich, den er immer wieder geöffnet hat. Und dann hat er einzelne Dinge aus diesem Koffer herausgenommen. Das erinnert mich an ein Wort vom heiligen Benedikt. Er sagt nämlich in seiner Regel, ich bin ja ein Mönch, ein Benediktiner Mönch. Und er sagt, es gibt auch im Leben Instrumente der geistigen Kunst, sagt er, der Kunst zu lieben. Also wir brauchen Werkzeuge, um zu lieben. Diese Werkzeuge, die müssen wir betätigen. Der Smiley hat gestern diese Zange benutzt. Und wir benutzen im Alltag auch solche Instrumente, die uns auch Jesus gelehrt hat. Zum Beispiel, seid barmherzig. Also seid gütig. Habt Geduld miteinander. Ein anderes Werkzeug dieser Kunst zu lieben, ist einander zu vergeben. Siebenmal, siebzigmal, sagt Jesus, müssen wir dieses Werkzeug am Tag anwenden. Siebenmal, siebzigmal. Das heißt, wir müssen einander immer vergeben. Wir können nicht einfach in den Schmollwinkel gehen und dann sagen, mit dir rede ich nicht mehr. Du hast bei mir keine Chance mehr. Du bist nicht mehr mein Freund. Ich nehme dich nicht mehr an. Ich lehne dich ab. Da sagt Jesus, eigentlich müssten wir einander immer wieder eine Chance geben. Wir machen alle Fehler. Selbst wenn wir den besten Willen haben, passiert es uns, dass wir Menschen, die wir gern haben, verletzen. Meine Schwester, plötzlich weint sie. Und manchmal geschieht es mit Absicht, weil ich zornig bin und manchmal ohne Absicht. Oder auch dem Papa oder die Mama kann man traurig machen. Oder umgekehrt. Der Papa verliert vielleicht auch einmal die Geduld und so. Und dann tut das mir weh. Also wo kämen wir hin, wenn wir diese vielen Werkzeuge der Liebe, die wir im Koffer haben, das ist das Evangelium, ist der Koffer. Und da drinnen sind die Werkzeuge. Wenn wir das Evangelium hören und lesen, lernen wir lauter solche Werkzeuge kennen, wie wir leben sollen. Und der heilige Benedikt sagt, diese Werkzeuge der Kunst der Liebe, die müssen wir anwenden im Alltag. Die nützen nichts nur im Koffer. Ich muss sie auspacken. Ich muss sie betätigen. Und so lernen wir zu lieben. Der Smiley, der hat ja auch rote Socken angehabt. Und rot ist die Farbe der Liebe. Das heißt, die Liebe beflügelt seine Schritte, seine Füße. Die Liebe gibt ihm Kraft, zu gehen dort, wo man ihn braucht. Dort, er ist gekommen, um uns Freude zu bereiten. Das ist auch wirklich etwas sehr Wertvolles. Seine Füße haben ihn von weit her, den ganzen Tag musste er fahren, im Auto, zehn Stunden, bis er da war, weil seine Socken rot sind. Das heißt, seine Füße sind von der Liebe bewegt worden, zu euch Kindern. Deshalb ist er gekommen. Und du musst auch dir überlegen, was für Socken habe ich an. Habe ich auch rote Socken? Das heißt, trägt mich die Liebe auch dorthin, wo ich zum Beispiel helfen kann. Oder wo ich einen Freund, eine Freundin trösten kann. Oder wo ich jemandem eine Freude bereiten kann. Da brauche ich rote Socken. Da muss die Liebe meine Füße motivieren. Und zwar zu eilen, schnell zu gehen. Und dann ist er nicht so langweilig wie ein Schlendrian. Der heilige Benedikt sagt, ein Mönch, der ist im Kloster, der lebt im Kloster, der muss zum Gebet eilen. Zum Gebet eilen. Nicht einfach schlendern. Komme ich heute nicht? Komme ich vielleicht morgen? Und so. So eine Gleichgültigkeit. Manchmal auch eine Faulheit. Dann ruft die Mama, aber ihr seid im Zimmer vor eurem Laptop oder Computer. Und dann mit Mühe und Fehlüberwindung kommt ihr vielleicht mit der Zeit. Vielleicht kommt ihr überhaupt nicht. Und so. Da habt ihr vielleicht nicht die roten Socken an der Liebe. Sondern da ist manchmal die Selbstliebe. Nein, ich will jetzt nicht. Das interessiert mich nicht. Das macht mir Spaß hier. Ach, jetzt muss ich schon wieder dorthin in die Küche kommen und das aus dem Keller holen. Und man hat nie seine Ruhe. Und so weiter. Und da kann man auch ein bisschen zu lang vor dem Computerspiel die Zeit verbringen. Es kann eine richtige Sucht werden. Und wenn es dann einmal eine Sucht ist, das Gamen, dann bin ich eigentlich ein Sklave. Ich bin gar nicht mehr frei. Ich muss das. Ich brauche das. Ich bin gar nicht mehr frei. Das ist eigentlich ganz schlimm. Mit der Zeit leidet man nämlich darunter, dass man sich eine schlechte Gewohnheit angewöhnt hat. Deshalb muss schon ein Kind, schon ein Kind muss an sich arbeiten. Das heißt, sich bemühen, sich keine schlechten Gewohnheiten anzugewöhnen. Der Smiley hat nämlich in der Nase gebohrt. Ohne dass er es gemerkt hat, oder? Er war ein bisschen verlegen und so. Und war da vor einem Publikum und wusste dann nicht gerade so richtig, wie sich verhalten. War ein bisschen gehemmt vielleicht. Und dann plötzlich bohrt er in der Nase eine schlechte Gewohnheit zum Beispiel. Und das kann man sich angewöhnen oder man kann sich abgewöhnen. Zum Beispiel die anderen immer zu unterbrechen, nicht zuzuhören zuerst oder so. Also man kann sich viele Dinge angewöhnen. Und ich muss euch sagen, auch bei mir, so als ich 15, 16, 17 war, habe ich mir bestimmte Dinge angewöhnt, die eigentlich gar nicht so gut sind. Und das kann man sich dann nicht mehr so leicht abgewöhnen. Beim Computer kann man einfach auf eine Reset-Taste drücken. Reset, zurück auf die Werkeinstellungen. Ist alles wieder gelöscht und man kann wieder neue Programme aufbauen, herunterladen und der Computer funktioniert wieder. Der Virus ist entfernt. Reset zum Beispiel. Oder neu starten. Neu starten können wir auch. Aber schlechte Gewohnheiten kann man nicht so locker und so einfach wie mit einer Reset-Taste sich abgewöhnen. Und man ist wieder ganz frei von diesem Fehler, den man sich angewöhnt hat. Deshalb brauchen wir auch die Eltern. Weil die Eltern passen ein bisschen auf uns auf und sagen uns, ja, pass auf, das ist nicht gut. Das musst du dir abgewöhnen. Das musst du lernen. Du musst lernen, zum Beispiel auf den eigenen Willen zu verzichten. Und nicht immer gerade das, gerade haben zu wollen, was ich gerade will. Es gibt ja viele Dinge, die sind interessant. Ach, ich möchte auch ein Fernrohr oder ich möchte das oder jenes oder das neueste Handy und so. Und das ist vielleicht gar nicht so gut, wenn man immer gleich alles bekommt, was man will. Die Eltern, die schauen das ein bisschen anders an und überlegen sich, ist das jetzt gut, wenn ich meinem Kind das gebe, was es will. Das macht nämlich auch Gott. Auch Gott gibt mir nicht immer, was ich gerade will. Der Glaube oder das Gebet ist nicht so eine Art Wundertüte. Lieber Gott, ich möchte, dass du mir das und das gibst. Und dann macht der liebe Gott gleich die Wundertüte auf und nimmt das heraus, zum Beispiel eine Flöte, was du magst. Und gib dir immer, was du willst, auf was du gerade Lust und Laune hast. Und das würde eigentlich, das weiß der liebe Gott. Wir wünschen nicht immer gute Dinge. Und manchmal wünschen wir das Falsche zur falschen Zeit. Später bekommst du das vielleicht, wenn du ein bisschen größer, vernünftiger bist und weißt, wie man damit umgeht. Aber jetzt ist es noch zu früh. Also der liebe Gott, wenn wir zu ihm beten, der weiß ganz genau, was für uns gut ist. Das ist ein bisschen größer. 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 Ja, Kinder, wisst ihr, was die Emma alles erlebt hat? Ja, weißt du, was das Lustigste auf der Alm war, wie wir Besuch bekommen haben? Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, das war ja so lustig, aber weißt du, wer die Kinder sagen, wer gekommen ist? Es war nicht der Bischof Elegantie, sondern die Maja und der Willi. Ja genau, die Maja und der Willi sind gekommen und wir haben sogar gejodelt. Ja, stell dir vor, das war lustig, aber das könnten wir vielleicht Maja und Willi erzählen lassen. Ja, rufen wir es an. Seht man es rufen, Kinder? Rufen wir mal Maja und Willi. Maja! Willi! Willi, Maja! Ja, da sind sie. Ja, hallo Emma! Bist du zurück von der Alm? Ja, da sind wir ja. Hallo, ihr ist schön. Ja, toll, dass ihr auch da seid. Wir sind ja gestern aus der Alm gekommen von der Alm und ihr seid schon einmal geflogen. Ja, das war so toll, wie wir diesen Höhenflug auf die Alm gemacht haben, der Höhenflug zu dir. Habt ihr das im Rückwärtsgang gemacht? Das heißt dann Mus, Mus, Mus und Sum, Sum, Sum. Ja, ja. Mus, 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 statt Sum, Sum. Ja, aber du, wir haben so viel Energie gehabt, wir sind von der Alm runter direkt Sum nach Böllau gekommen. Ja, genau. Ja, genau. Willi, bist du schon wieder ganz trocken hinter den Flügeln? Du sprich mich auf das nicht an, Emma. Das hat mich, das... Ja, das war schon sehr lustig, wie du in den Bergsee geplatscht bist. Ja, aber ich bin nicht von selbst ganz in den Bergsee geplatscht, Emma. Ja, ich hab dir halt ein bisschen einen Haxel gestellt. Und die Maja hat geschubst. Ja, und der Applaus ist so kreut, da zieht es dir alles zusammen, dass der Willi das überlebt hat. Das hat mich schon gewundert, mit seinem Alter. Das war knapp. Aber allein hättest du Emma nicht geschafft, da musste ich ein bisschen mithänzen. Ja, das war schon hilfsbereit von dir. Ganz hilfsbereit. Aber ich hab euch verzehnt. Ich hab euch verzehnt, weil nachher war es sehr lustig. Ja, ist es ja noch. Sehr lustig. Vor allem, wie du deine Flügel trocken bekommen hast. Wir haben sie trocken gejodelt. Weißt du das? Wir haben gejodelt. Da ist kein Auge trocken geblieben. Aber die Flügel waren sofort trocken. Ja, ist ja super. Wie ist das nochmal gegangen? Holla, holla, holla. Holla, die Rie und so. Holla, die Rie, holla, die Jo. Holla, die Rie, holla, die Jo. Holla, die Rie. Holla, die Rie. Holla, die Jo. Holla, die Jo. Holla, die Rie, holla, die Jo. Ruppi, Ruppi. Ich mag keinen Radi. Und auch keinen Holla. Emma, das hat eh nichts mit Holla und Radi zu tun. Nein, mit der Rollade, oder? Nein, auch nicht. Rollade auch nicht. Das ist nichts zum Essen. Na geht, dann interessiert es uns schon nicht, oder? Jetzt wollt ihr mal Essen, Essen, Essen. Wie geht der Polenklöschchen-Jodler? Der Polenklöschchen-Jodler? Poli, Poli. Klöschi einig. Jodel um mich. So, der da, gell? Schön ist er. Der ist gut, der Polenklösch. Also, beim Jodeln, da verjodel ich mich immer so. Das ist immer traurig. Das ist so wie Hampelmann machen. Das habe ich auch noch nie können. Nein, das habe ich auch nie können, Emma. Du darfst nicht so viel essen, Emma, dann geht es leichter. Entschuldigung. Ich verklatsche mich da immer mit den Füßen und den Händen. Und da komme ich immer ganz draus. Wir können ja die Kinder bitten, dass sie dir helfen, Emma, beim Jodeln. Wenn sie mitjodeln, dann geht es ja besser. Sicher, das ist eine gute Idee, oder? Und die Meier können sie auch schon. Probieren wir es einmal. Probieren wir es. Okay, jetzt den Text noch einmal. Holadi, Ri, Holadi, Ri, Holadi, Ri, Holadi, Ri, Holadi, Jo. Ja, so ist es. Und der Schluss ist dann, Holla, Ri, Ri, Holadi, Jo. Aber das hat nichts mit dem Jodeln zu tun, oder? Nein, aber mit allem Ö hier hat es auch nichts zu tun. Das klingt so, als hätte er ein Rehbauchweh. Und wenn sie es nicht hat, dann kriegt sie es jetzt. Dann singen wir ein Bauchweh fürs Reh und einen Spaß für den Willi und die Emma. Probieren wir es. Jetzt probieren wir es mal. Holladi, Ri, Holadi, Ri, Holadi, Ri, Holadi, Jo. Holladi, Ri, Holadi, Jo. Holladi, Ri, Holadi, Jo. Na, Emma. Ich muss so. Holladi, Ri. Ja, ich weiß eh. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Na, nie traurig sein, Emma. Wenn ich so potchert bin beim Hampelmann-Lied. Jetzt probieren wir es einmal, dann probieren wir es noch, Emma. Ja, gut. Wir singen eh mit mit dir. Holladi, Ri, Holladi, Ri, Holladi, Jo. Holladi, Ri, Holladi, Jo. Holladi, Ri, Holladi, Jo. Holladi, Ri, Holladi, Jo. Emma, Emma, komm nach Haus, find das Glück, komm doch wieder zurück. Ja, super, Emma. Du hast das geschafft? Ja, hab gar nicht Bauchweh. Ohne Bauchweh und ohne Radi geht auch das Jodeln. Willi, sind deine Flügel trocken? Sehr trocken. Ja, die sind schon ziemlich trocken. Super. Und auch ganz sauber vom Bergsee. So saubere Flügel hat der Willi noch nie gehabt, seit er geboren ist. Bis auf die Fingertappen von der Meier und die Zächeln von der Emma. Aber jetzt müssen wir den Kindern gratulieren, dass sie auch schon so gut jodeln können. Und morgen, wenn die Emma wiederkommt, dann können sie schon mitjodeln, Emma. Dürfen sie das? Ja, ja. Wenn sie es falsch machen, dann freue ich mich, dann habe ich nämlich Kameraden. Ja, du bist nicht die Einzige, die beim Jodeln noch Anfänger ist. Aber das macht ja nichts, verstehst? Ja. Aller Jodel anfangen ist schwer. Aller Jodel anfangen ist schwer. Also dann bis morgen. Bis morgen. Bis morgen, Kinder. Tschüss. Bitte euch. Bitte. Jololo. Große Leute, kleine Leute können heilig sein. Dicke Leute, dünne Leute können heilig sein. Du und ich, ich und du können heilig sein. Du und ich, ich und du können heilig sein. Ja. Ja. Ich habe keinen Thermo vorgefunden. Du hättest sehen sollen, wie viel die gefressen hat. Kein Wunder, dass das so schlecht ist. So, von was haben wir zuletzt geredet? Na, du wolltest... Weißt schon. Ich rate, was du dir kaufen willst. Wollen wir wetten, dass du es nie errätst? Ich wette nicht. Sag es mir bitte. Okay. Ich will Mary's Meals unterstützen. Was ist denn das? Das ist Schulessen für die Kinder. Weißt du, in Afrika sind viele so, so arm. Die würden verhungern. Und die geniale Idee von Mary's Meals ist, sie bekommen Essen in der Schule. Und so müssen sie nicht arbeiten, um sich etwas, um sich Essen zu kaufen. Sondern sie bekommen es eben in der Schule. Und wenn Kinder etwas lernen, dann können sie später tolle Berufe lernen. Ich bin ganz schön beeindruckt von dir. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg. Wie viel Geld hast du denn schon? Ich habe 37 Euro. Bald kann ein zweites Kind das ganze Jahr essen. Warum? Wie viel Geld brauchst du denn für ein Kind? 20 Euro. Und wie lange bekommt das Kind dann ein Essen? Ein ganzes Jahr lang. Wow. Ein ganzes Jahr? Dann gebe ich dir später auch gleich 20 Euro. Vielen Dank. Hallo, ich mache eine Umfrage. Oh, oh, grüß dich, grüß dich. Eine Umfrage? So ein gebildeter junger Mann bist du. Oh, was für eine Umfrage machst du denn? Haben Sie im Leben große oder kleine Wünsche? Oh, 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 ich bin der Prinzessin. Ich habe nur große Wünsche von Diamantenhalsketten und Schloss und eine große Ponykutsche und so. Ich habe nur große Wünsche. Und jetzt muss ich mich eh schon wieder beeilen, denn mein Friseur wartet auf mich. Tschüsschen. Auf Wiedersehen. Hallo, hallo, hallo. Guten Tag. Grüß dich. Ich mache eine Umfrage. Oh, eine Umfrage? Sehr interessant. Was ist denn das? Ich stelle Ihnen eine Frage und Sie beantworten. Oh, ich habe auch eine Frage. Stell du sie mal schnell und dann stelle ich meine. Haben Sie im Leben große oder kleine Wünsche? Oh, oh, das passt vielleicht zu meiner Frage. Ich will nämlich zum Nordpol. Weißt du, wo der ist? Nein, ich kenne mich da nicht so gut aus. Hier ist es so warm und die Klimaerwärmung. Ich glaube, die Klimaerwärmung würde ich mir nicht so wünschen, dass das Klima kühler bleibt. Ja. Ist das ein großer oder ein kleiner Hund? Das ist, das ist, das müssen Sie entscheiden. Ist das für Sie ein großer oder ein kleiner Wunsch? Ich glaube, es ist schon ein großer Wunsch, damit überall das Klima so bleibt. Ja, da gebe ich Ihnen recht. Also, tschüss, ich gehe weiter suchen. Tschüsschen. Tschüss, auf Wiedersehen. Große Leute, kleine Leute können heilig sein, dicke Leute, dünne Leute können heilig sein. Du und ich, ich und du können heilig sein. Du und ich, ich und du können heilig sein. Große Leute, kleine Leute können heilig sein. Dicke Leute, dünne Leute können heilig sein. Du und ich, ich und du können heilig sein. Du und ich, ich und du können heilig sein. Tschüss. 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 Ja, vielleicht wegen der Sonne oder wegen den Scheinwerfern da. Schau, die leuchten alle. Nein, ich meine, die Augen leuchten so fröhlich. Ach so. Ja, weil die so gut schlafen vielleicht. Schau, ich schlafe nicht so gut. Ich bin immer ganz so, äh, verstehst du? Ja, soll ich dir auch in die Augen spucken? Nein, bitte nicht. Weil ich bin ja kein Frosch. Aha. Ah, übrigens leuchten. Auf der Alm kannst du dich erinnern, am Abend haben wir mal die Glühbürmchen gesehen. Ja, stimmt, stimmt. Ja, vielleicht haben die Kinder Glühbürmchen geschluckt, dass sie so leuchten jetzt. Nein, das ist ein Blödsinn. Ach so, ich weiß ja nicht. Nein, hast keine Ahnung. Recht war von Kindern. Ja, vielleicht haben sie mit der... Verstehe ich mehr. Du verstehst mehr von Kindern. Ja, ich bin ja fast noch eins. Ah ja, stimmt, ja. Ja, stimmt. Genau. Aber vielleicht haben sie sich mit der Mondcreme eingeschmiert, verstehst du? Weil die Sterne und der Mond leuchten auch so. Und mit deiner Mondcreme, darum leuchten sie so. Ja, das könnte sein. Hoppola, dein Handy geht los. Ja, jetzt müssen wir schauen, ob der Froschkönig anruft. Seht mal abheben. Ja, schauen wir mal. Hallo? Bist du der Froschkönig? Hallo, Froschkönig. Ja, schau her. Die will immer warten schon auf dich. Wirklich? Nein, es war doch die Polizei. Die sucht dich jetzt. Wieso? Ja, wegen einem Froschkönig. Die haben gehört über den Livestream, dass du den Froschkönig gestohlen hast. Und jetzt suchen sie dich, weil sie einen Froschkönig wollen. Ach, Rupi. Du kannst wen anderen pflanzen. Ich habe geglaubt, du fürchtest dich jetzt. Aber du fürchtest dich ja gar nicht. Das ist ja das. Nein, nein, aber wir machen jetzt Pause und Schluss. Ja, und am Nachmittag müssen wir den Kindern sagen, dass sie die Stifte mitnehmen und die Zettel, weil dann dürfen sie den Mayer und den Willi malen, gell? Ja, also jetzt machen wir Mittagspause. Ja, fast. Ja, machen wir. Ja, jetzt hast du dich verdarrt, gell? Ja, schauen wir mal. Gut, kommen wir schon drauf. Bye, bye.